oh ich glaube gleich kommt wieder der wasserteufel er hat mich nicht erwischt ich auch nicht im schweinbeer ich hab gleich die saatenmutter erst mal platt gemacht jawoll und da gibt es auch munition das ist sehr gute arbeit so ich lass hier noch was drin aber es geht es gibt ja ich war ja auf der youtube datenbank weil ich ja musik haben wollte für das video weil was der da an musik bekommst das ist ja echt wahnsinn schön munitionsverschwendung ja muss auch mal sehen so wo geht es denn weiter so schräg rüber was ich mittlerweile so geil finde wie die atmosphäre in so den spielen ist ich weiß noch wir haben doch hier mal ein paar gegner gehabt die hätten so eine laterne mit irgendwie da hat man von der weite diese laterne gesehen ja also ich finde schon das sah so realistisch aus wie in echt halt so oh scheiße wir sind hier im wasser oh oh hunde die kommen auch ins wasser ne oh gott oh gott ich muss mich erstmal hier retten Mistviecher ach so die sind bei dir da ja ja ne ich komm mal zur hilfe ja eigentlich bin ich ganz gut hier jetzt geschützt aber ich weiß nicht wo viele Viecher sind jetzt auch da ah nein nein weg 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 dann process zurück weg 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 wirklich ne Zeitung verkaufen hat kein Interesse so, da geht's nicht lang ich will da schöne Wasser drauf ja, man könnte hier sehr viel ausbauen man könnte auch Piranhas reinbauen heil, was weiß ich ja, Elefanten oh, Elefanten, genau du hattest sie zerlebt hört sich das echt an wie Feuerwerk zu Sylvester wo man von der aus der Ferne dieses Geballer holt ja oh, ich hoffe, ich hab dich dicht getroffen ich will ein bisschen, aber es ist nicht so schlecht ok hier unten gibt's Verbandszimmer ah, gut so, aber wo ist denn ihr der Hinweis? der ist weiter hinten, aber da gibt's so einen Feuertüten ah, hier kannst du Verbrauchsgüter sammeln warte mal kurz, ich leg das mal hier hin und dann kommt der Feuertüte nämlich gleich ah, ist gut oh, der ist in die Falle getreten ja oh, wenn die Schwarm Mutti einen von hinten trifft oh oh oh, scheiße das ist ein mega anstrengender Typ hey oh, vielleicht jetzt hat er mich kaputt gehauen oh oh der, der blöd Mann au Gott oh Gott was fragt der Kirch an, ne? wo ist der, was da? der Typ, der ist voll wahnsinnig der immer so rumläuft, ne? schnauze so musste man eigentlich mit der wasserpistole bekämpfen zack kaputt kann ich dich ja wieder was ich geil fand übrigens in dem video wo du sagst stirb endlich vor lustig was bei wem denn? in dem video was ich hochgeladen habe mit uns ja hier gibt es munition genau da habe ich sogar oben drauf gelegen und dachte der typ führt mich sogar zur munition und dann hat er mich kaputt gemacht gehen wir mal auf nachladen sind ja nicht nachtragend aber nachladend sind wir auch in diese richtung so ungefähr um kommt hin ja genau ich finde so dass über mauern klettern das klappt manchmal noch nicht so richtig manchmal drückt man space und klettert er nicht vielleicht steht man dann auch nicht richtig aber das könnte man auch optimieren darfst du mich auch ja 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 jetzt gut so ja der ist ja echt nervig der typ wenn der eine erstmal einen mangel hat hat er der kostet dann immer so viel munition ja gehen wir mal hoch so drücken erstmal eher sehr gut sehr gut mal gucken wo waren das hier so auch ballerst du gerade genau auf diesen sehr gut ja teilweise es ist echt so dass man dann nicht mehr unterscheiden kann bist du das schießt ja auch gerade irgendwie anders ja das stimmt das ist manchmal gut wenn man dann bescheid so ich renne mal schnell weg ja ich auch hier geht es nicht rüber unten haben wir hier durchs tor hier ist munition bin ich dran vorbeigelaufen munition und hier ist gesundheit jetzt habe ich mir den hammer wieder eingesammelt auch die verband da hinten schon die säcke tja und dann die spinne noch fertig machen machen wir die spinne wir haben schon lange keinen gegner mehr fertig gemacht so ne ja das stimmt muss man trotzdem so in die richtung ungefähr da links gehen ja 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 ich glaube die verband auch schon die spinne kann das sein oder bekämpfen sie besser besser das kann sein weil sie so oft schießen ne ja ja wasser teufel alarm das ist doch hier doch bei montieren und spiel wird verband es gibt es doch gar nicht muss hier in dem gebäude sein ist doch nicht mehr doch das ist das ist ja das ist ja das ist ja das ist der wegweiser ist echt hilfreich ja ich finde auch ja ja best-of-tipps machen und dann hier gibt es den wegweise genau jetzt müsste man nur noch daraus finden was das gewitter ab und zu bedeutet ja das stimmt der wird gemessen ja sehr gute arbeit das finde ich auch nachladen es ist schon gleich hier ich dachte das wäre links in dem haus hier wasser es ist hier direkt unten in diesem da wo der fette baum ist da so ich überlege gerade wo müssen die raus entweder nach oben oder nach unten wenn man jetzt ein fettes sniper hätte könnte man sich da oben in diesem turm setzen das ist eine munition das ist nur ich sehe die aber auch keine blitze irgendwie doch doch da sehe ich sie die sind schon sind schon geradeaus hier von mir aus also hier da sind sie ja und hier unten drinnen also das sind die anderen die wir schon die trofäen aufgenommen haben hm ok und die mit der spinne sind hier unten drinnen hinter dir quasi ok ich weiß nicht wo die rauskommen wo haben sie die trofäen nämlich aufgenommen jetzt sitzt es da auch glitzen hm genau das ist jetzt die spannende frage wo kommen die raus genau das weiß ich weiß nicht ich trau mich nicht man weiß auch mal gar nicht auf welche homies man trifft sind das hier wieder welche die richtig abgeben oder wahrscheinlich die waren ja wieder ziemlich schnell dabei ne hm ich bin geschlüssel geduld ist echt eine tugend das ist richtig ich gucke mal ob ich von hier wenn ich reingehe ob es da eine erhöhte position gibt hm 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 d d m m die sind hinter uns hier Achtung, ich sehe einen sogar hier da da unten sind sie, beide oh Gott, ich muss hier schnell rein laufen die vor...oh! komm, zeig dich du Vogel hast du eine Bombe geboren? ja jetzt rennen sie da lang also die sind da raus schon ich sehe sie da ich sehe da leider gar keinen die sind direkt am Treppenaufgang bist du da am laufen? ne ok der ist da auch hingegangen die versammelt sich da wahrscheinlich das waren auf jeden Fall ähm müssen das hier mehrere gewesen sein ich denke oh aber jetzt siehst du auch nicht mehr Blitzen äh blitzen sie es noch aber in dem Gebäude also hinter den Mauern genau aber die 2 die oh komisch schießt sie? ne ich ich werde geschossen gerade ja oh ja ich sehe sie hier hinten hier hinten scheiße warum kann ich hier hinten das ist kein kein Hinweis äh manchmal geht das da so ne also hm ja ich komme da runter das macht ja hier keinen Sinn wenn ich hier hocke hast du das Pferd eben erledigt? nein dann war das der Typ oder das ah ne es lebt sogar noch oh was ist passiert? er hat auf mich geschossen der Vogel da ist er viel zu weit weg ah scheiße Distanz 3 dreifach äh Bündel Oh mein Gott da war äh krass ach so warte mal ich halte erstmal meine Klappe dann kommst du ich rede ok weil das au jetzt kommen da noch Hunde an ey was ich halt krass finde dass das Dynamit so wirkt die haben noch keine Trophäen aufgenommen oh scheiße jetzt haben sie die Trophäen aufgenommen weiter was ist Oh Gott, direkt hier Wegen euch, wir finden euch Allerdings Ich glaube hinter dir Da ist er Oh, sehr gut Oh Gott, der hat mich voll erwischt Oh Alter Alter Schade Ja, die sind echt gut